Chairo Bacayi Jemijay Jewund Mashiach Chauwe Bacayi Chauwe Bacayi Chauwe Bacayi Chauwe Bacayi Kommt zu gehen zu a Kinde und zu a Jeden Bichlal und sagte, zwaseh kommt zu zu gehen als kleines Kind oder ein Erwachsener wo sitzt in Beis a Knäses in Beis a Medisch und sagt, Er kommt erst von der arumigen Welt und erzählt dort sehr viele Völker und sehr viele Streichlungen, wo seine Nied in Einstimmung als Siedensohn Koning gegen Freierheit entschuldigt ihm aber ein kleines Kind von dem Schirr, von dem heimlichen Tod, von Schlichy, von Parche Eke und sagt dem Herzen Chai, Und wo steht es in Chumisch, in dem Schirr von heimlichen Tod, von jem Schlichy, von Parche Eke. Und wo steht es in Chirr, von heim amcha und nachloscha, von heimlichen Tod, von Parche Eke und der Arumigen Tod, von heimlichen Tod, von heimlichen Tod, von Kine und Tronbusch und Streich, von Heimlichen Tod, von heimlichen Tod und Heimlichen Tod und Heimlichen Tod und dass Hereimlichen Tod und dang shoppiert sind und so viele Tierinnen und Randchen und dass gratuitific Ende Galaxy. Musik